Willst du hören? Ja! Dann kannst du zeigen. Ich habe einen Pappen. Und einen Pappen. Mein Bruder ist Schwester. Im Onkel sagen wir Tante. Aber erst seit gestern. Vreni ist schwer. Und Hans ist bei. Darum mache ich jetzt eine Psychotherapie. Ich glaube, ich bin nicht ganz zu machen. Ich kann mir selber nicht mehr trauen. Ich stecke im richtigen Körper. Und habe somit Frauen. Was der nächste Fassau sitzt. Wird das Display nochmal schützt. Mit Resterkeller. Das hat gerade noch gefehlt. Haben wir die erste Hexe in der Regierung gewählt. Drei Spinnenbeine. Zwei Knoblauchmalen. Gehen sie in eine kupfrige Schale. Jetzt kommen die Brennnesseln rein. Und dort eine Schnecke. Gehen sie in der Regierung. Und zurück. Wir gucken euch mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Was der nächste Versaug sitzt, kriegt das Weisbein von Holstinz. Jetzt kam er auf ein Trämmchen von der Beinfeilbein, das Konterfei von Roger Federer gesehen. Statt ihn mit der Joggele-Arena zu ehren, dürfen er auf einem Trämmchen durch Basel verkehren. Darum ehren wir jetzt in unserem Städtchen auch der Djokovic mit einem Rotinettchen. Als der nächste Versaug sitzt, kriegt das Weisbein nochmals schätzt. Wenn ich mich impfen lassen habe, habe ich sofort Nebenwirkungen begonnen. Zuerst Schüttelfrost, den Blicken trieben, müssen wir Fieberzäpfchen reinschieben. Habe an Vorstellungen und auf den Brustendruck und alle will Angst, der wesselt es kein Weisbein. Was der nächste Versaug sitzt, kriegt das Weisbein nochmals schätzt. Wenn die Seitigen nicht genug Papier können bestellen, hätte man Bats dünner machen wollen. Sie kürzen und kürzen wie verrückt. Die Leserbriefe werden nur noch am Mittwoch gedrückt. Wobei lehnt vom Mäntig bis am Freitag, die Leserbriefe gescheitzt in derer Zeit. Als der nächste Versaug sitzt, kriegt das Weisbein nochmals schätzt. Frau Meier, drütt im Gundeli, mit dem Hunde geht ein Wundeli. Noch ein nebniologischer Befundeli, gibt's Corona auch im Gundeli. Jetzt hat's Hundeli von der impfigen Wundeli und kann's Bein umlüpfen auf der Wundeli. Als der nächste Versaug sitzt, kriegt das Weisbein nochmals schätzt. Basel wird zur Velostadt und der Beinadjanz findet die Schurig gerade. Damit die Velo-Büro sicher überkämmen, tut man Gummi in die Schiene klemmen. Die meisten Velofahrer wären gar nicht da, hätte man früher schon einen Gummi genommen. Was du merkst, wie Fersaug sitzt, wird das Weisbein nochmals schätzt. Statt an den Dämonen bellen, die Dreichel mit den Schellen schellen. Sie wird immer grösser, die Schellen wählen. Geistig gehören sie nicht zu den Hellen. Wenn mit einer Rede schmerkst, schon geschwind. Ab und zu kriegst du eine Schelle neben dem Kling. Was der nächste Versaug sitzt, wird das Weisbein nochmals schätzt. Im Zolli, sagt der Primat, zu einem anderen Primat. Dass wir die Abstimmung verloren haben, ist schon schade. Wir haben den Menschenrecht und das tut jetzt fehlen. Man hat den Stimmrecht und man könnte es wählen. Ich fähre der erste Affe im grossen Rot. Dann weint der andere Affe, für das ist es gut. Als der nächste Versaug sitzt, wird das Weisbein nochmals schätzt. Ich habe eine Frage, ich suche eine Wohnung. Doch ich habe trotz Belohnung diese Wohnung noch nicht. Ich brauche unbedingt ein Zimmer mehr. Hat jemand von euch so eine Wohnung gesehen? Der Grund, warum ich ein Zimmer zusätzlich will. Ich habe ein Schiss-Papier, das ich lagere. Ich habe ein Schiss-Papier, das ich lagere. Was der letzte Versaug sitzt, wird das Weisbein nochmals schätzt. Habt ihr das YouTube-Film gesehen? Von unserem grossen Rot, Weber E. Von einem, von der Arsla und Hosen abelogt. Hab ich gefragt, ist das das Niveau vom grossen Rot? Und ob, wenn du das machst, einfach nicht ganz dicht bist? Und welches Arsch und welches Dicht ist.